moin moin liebe gartenfreunde der blauglockenbaum ein update jetzt nach zwei jahren in diesem video viel spaß los geht's ich habe jetzt vor zwei jahren den blauglockenbaum aus saatgut mal vorgezogen der hat jetzt schon eine stattliche größe von gut zwei metern in zwei jahren also stimmt das tatsächlich dass er pro jahr ein jahr ein meter wächst ich habe den wie gesagt aus saatgut gezogen das video verlinke ich euch oben gerne mal und er ist dann brauchte sehr lange bis er überhaupt gewachsen ist bis er überhaupt gekeimt ist dann dass er hier raus gewandert und ab da an wurde vergessen oh mein gott ich habe in dem video einige kommentare gekriegt von wegen du musst ihn doch zurückschneiden du musst doch dies du musst doch das du musst doch jenes ja er ist trotzdem gewachsen ich habe gar nichts gemacht und er hat einen sauberen stamm jetzt zwischendurch mal ein paar verzweigungen was halt eben so ein baum auch macht der ist richtig natürlich gewachsen hat auch schon also einen richtig krassen durchmesser und eigentlich war geplant die blätter als futterpflanze zu nutzen für die hühner nur ich finde den baum so interessant also lasse ich ihn jetzt erstmal wachsen im ersten jahr ist er tatsächlich komplett runtergefroren und ich dachte mir naja gut jetzt war's das aber er ist tatsächlich wieder neu gesprochen neu gewachsen und der lässt sich schon echt sehen es dauert zwar bis der jetzt blüht irgendwie ich glaube fünf sechs jahre bis die ersten blüten da sind die die nüsse die sind leicht giftig die darf man nicht essen die blüten sollen wohl eine tolle deko sein ich bin gespannt im ort kenne ich einen der auch schon so ein blau glockenbaum hat der schon wesentlich älter ist und der sieht richtig schick aus wenn der blüht der ist wird ja auch als klima baum irgendwie bezeichnet und der blau glocken baum soll wohl in 20 jahren 46 mal mehr co2 speichern als so eine eiche die hinter mir steht wobei so ein baum nur 60 70 jahre alt wird und so eine eiche die kann ja schnell mal über die 100 jahre alt werden naja trotzdem ein interessanter baum der jetzt bei mir im garten wächst und angewachsen ist hammer mitten auf dem ja auf dem wall grundstücks grenze der wird nicht gewässert der wird nicht gepflegt der wird gar nichts und trotzdem wuchert der richtig toll ich bin total begeistert und ja ich zeige euch den jetzt noch mal ein bisschen in der nahaufnahme auch vom stammdurchmesser das müsst ihr sehen guckt euch das mal an hier vorne ist einer hier ist einer hier unten sind noch einige kleinere aber der hier in zwei jahren kann ich den gerade so umgreifen auch der hat schon eine stattliche größe richtig tolle hübsche blätter großblättrig die sollen wohl auch sehr gut humus bilden also sprich wenn die im herbst anfangen zu fallen kommen in den kompost weil das schöne humus masse ist perfekt für den garten da bin ich dieses jahr gespannt weil dieses jahr ist das tatsächlich sehr sehr viel blatten masse und naja hat ja auch schon eine stolze größe was die vermehrung angeht wenn der baum dann endlich mal irgendwann früchte trägt blüten trägt die saat dann irgendwo entsteht die saatkörner das könnt ihr in dem ersten video auch gerne sehen sind super super klein und die werden durch den wind gerne weiter gepustet eine abonnenten hatte schon geschrieben dass die dieser baum sich überall ausbreitet also ich sehe das bei der eiche wenn die eicheln runterfallen in die gemüsebeete die katze kommt und scharrt dann habe ich auch überall eichensetzlinge in den gemüsebeeten und so wird das wahrscheinlich bei dem blauglockenbaum genauso sein nur vielleicht viel viel schlimmer weil die eicheln siehst du das saatkorn siehst du nicht also sollte der standort auch gut gewählt sein und nicht unbedingt irgendwo wo man das nicht gebrauchen kann also mitten auf dem rasen sollte man den nicht unbedingt hinpflanzen aber irgendwo zum nachbarn hin da passt das schon richtig toll ja hat euch das update gefallen lasst gerne einen daumen hoch wollt ihr mehr videos von mir sehen schaut auf meinem youtube kanal vorbei blauglockenbaum das war's ich sag vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal und tschüss z diszen sie 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 ä sie 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 sie